und hallo und willkommen zurück wir sind auch wenn es gerade nicht so aussieht wir sind immer noch in starstable aber ich habe eine neue super tolle kappe hier ich muss mal eben in den foto modus gehen wenn ich mich hier gedreht habe so dass man das halbwegs sehen kann obwohl halt stopp 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 so jetzt steht hier natürlich einer direkt im weg das war so klar wenn man ein einziges mal ein foto machen möchte leute geht doch woanders hin ehrlich so das ist mein neues reittier dieses tolle gefährt ich muss mich mal irgendwo hinstellen wo ich bessere fotos mal bleibst du mal stehen hier so ich komme leider nicht allzu weit entfernt ran das ist mein problem ich kann auch nicht scrollen oder so und ich habe keine ahnung wie ich das ganze umstellen ach moment doch da kann ich zwischen auch jetzt habe ich ein anderes und eine andere autofarbe hier aber wenigstens bin ich jetzt drin auch nicht schlecht nein 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 du sollst stehen bleiben moment ich will ein foto machen ohne irgendwelche leute hier im weg so ich hoffe ich habe eins gemacht ich mach nochmal zur sicherheit noch eins so das ist wie gesagt mein neues pferd das ist natürlich nur ein april scherz ich habe schon davon gelesen dass es wohl in der vergangenheit öfter mal april scherze gegeben hat ich muss ja mal kurz umstellen so zack damit das nicht so laut ist es hat wohl in der vergangenheit öfter mal derartige april scherze gegeben von ja jetzt jetzt guckst du natürlich auch noch weg hier von den machen von star stable jetzt wo ich mich auch wieder selber verstehen kann ist es um einiges einfacher ja und ich wollte unbedingt heute online gehen um zu gucken was jetzt in diesem fall wirklich die überraschung ist die dieses jahr kommt am ersten april und wir haben es gesehen also alles umweltfreundliche liebevolle vierbeinige haben sie dann entsorgt und die haben da irgendwelche blechkarren reingestellt ja ob das sehr positiv ist oder nicht das kann ich jetzt so nicht beurteilen aber auch das fährt das sieht aus kurz vorm schlafen ist ich konnte mich doch auch ranzoomen genau aber es ist eigentlich ganz lustig gemacht finde ich und deswegen ja daumen hoch jetzt steht die mir im weg rum na toll ja genau jetzt wo das fährt mich anguckt das war so klar also was ich sagen wollte ist eigentlich ja ganz lustig gemacht deswegen so einen halben daumen nach oben wobei ich dazu sagen muss ich hasse absolut diese ganzen april scherze aber ja ich stand jetzt auch erst mal dumm da und wusste jetzt im ersten moment gar nicht was ich jetzt machen sollte und ich weiß ich mache gerade so ein paar nur fotos kann ich mein pferd hier draußen eigentlich auch die sachen geben ich glaube schon oder ja es geht auch wunderbar nein ich wollte ein foto davon machen ja klar und dann steht der erste idiot wieder mittendrin na super danke danke dass hier nichts funktioniert weil ihr alle durch mich durchrennen müsst wie die blöden ach das ist deaktiviert ach so okay also so ich glaube damit ist jetzt die runde erstmal für heute erledigt oder nein ich wollte eigentlich nicht aussteigen ich wollte eigentlich kraulen aber ist in ordnung ja jetzt weiß ich auch gar nicht moment da unten hat mich jetzt glaube ich schon hat sie mich angeschrieben sie ist glaube ich gar nicht online oder global okay ja wir waren ja eigentlich heute verabredet mit unserer ja chefin sozusagen von unserem club die mich zuletzt aufgenommen haben aber sie scheint nicht online zu sein die stelle heißkur freunde sammlungen war nicht hier der club eigentlich dran oder ist hier rausgeworfen worden weil dann dürfte sich der club nämlich aufgelöst haben ich weiß es nicht alle stehen sie hier ich weiß nicht warum ich gehe mal einfach so ganz gemütlich ja so müsste die stelle aus ja das mache ich doch ich brauche hilfe das haben wir zwar gestern schon gemacht aber das machen wir mal einmal ich mache das mal eben im schnell durchlauf und dann sehen wir uns gleich wieder ja 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 Wo ist meine Schaufel, Leute? Achso, die muss ich mir jetzt mal aufs Neue holen. So, damit hätten wir jetzt quasi unsere Tatsache. Ich habe täglichen Arbeiten gemacht. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, das sind jetzt Noob-Sachen gewesen und sowas macht man normalerweise später nicht mehr. Aber ich muss halt jetzt erstmal alle Möglichkeiten nutzen, um... Nein, ich wollte nicht absteigen. Hallo? Ich hatte eigentlich nur auf X gedrückt. Und da bin ich gerade eben aus dem Spiel geflogen. Ja, ähm... Moment. Mit dem John, das war, glaube ich, soweit alles okay. So, beim letzten Mal haben wir ja mit ihm gesprochen. Er sagt jetzt, ähm, nichts Neues. Ja, ich möchte immer noch helfen, dem Stall zu helfen. Also, ihn zu retten. So, gewinne Zeit vor dem Rauswurf. Hier gewinne... Achso, ja, wegen den Dingern, genau. Da werden wir doch jetzt mal hinreiten. Das ist ein bisschen blöd, dass die Quests irgendwie nicht mehr da sind, wenn man, ähm, einmal ausgelockt ist, obwohl man die Quests ja noch aktiv hat normalerweise. Muss ich hier irgendwas machen? Ah, okay. So. Ähm, dahinten ist noch einer. So, war der denn der letzte... Äh, ist das der da? So. Ja, ähm, das war er auf jeden Fall. Tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie komisch aussah und du vielleicht mit mir sprechen wolltest, Mädel. Aber, äh, ich hab jetzt hier nur meine Quest beendet. Schauen wir mal eben nach. Wir müssen ja noch zu dem einen Typen wegen seinem, ähm, Werkzeug hinreiten. Das war doch eigentlich hier vorne, oder? Ja, da war es. Ähm, ich hab schon wieder eine Einladung zu einem Reitclub bekommen. Das heißt, ich bin anscheinend wirklich nicht mehr in dem Reitclub, wo ich eigentlich drin war. Okay. Das ist, äh, ja, nett. Na ja, wenn ich da jetzt aber draufgehe, hab ich das Problem, dass, ähm, ich das wahrscheinlich wieder direkt annehmen muss. Ich lass das jetzt erstmal. Na, aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Genau, der Assistent, der sollte eigentlich schon längst zurück sein, aber der hat die Sachen irgendwie hier verstreut. Ähm, er hat sich erschreckt. Och, ist das süß. Oh, jetzt mal ohne. Nein, 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 nein. Hätt mal da. Das ist so ein schnuckliges Pferdchen neben mir. Und das Pferd hat ein Pferd in der Tasche, so wie es aussieht. Oh, das ist einfach nur süß. Oh, jetzt hat die mir jetzt gerade, ähm, eine Einladung geschickt. Ich kann jetzt gerade gar nicht, ähm, Moment, Moment. Also, ich klicke hier mal kurz durch. Äh, ja, das möchte ich natürlich annehmen. Es stürzen sich immer alle auf mich drauf. Ich weiß gar nicht, warum. Und zwar war ich gerade so entsetzt, jetzt habe ich gar nicht beobachtet, wo die Strecke jetzt genau war. So, ähm, Global, Sarg, Freund. Ah, okay. Ich habe übrigens gerade gesehen, wenn man die, ähm, Zahlen nicht richtig schreibt, dann, ähm, kann man sie anscheinend schreiben. Cute Hunters Gängen. Okay. Also, die scheint mich jetzt nicht angeschrieben zu haben. Obwohl, hier ist auch noch mal was. Freundschaftsanfrage. Holly Beach Garden. Äh, ja. Nehmen wir mal an. Wir nehmen alles an. Hihi. So, ähm. Dann schauen wir doch noch mal. Irgendwo hier soll das sein. Ah, da vorne. Ja, jetzt darfst du rückwärts gehen, weil du nicht gestoppt hast. Ja. Mhm. Jetzt darfst du aber auch wieder vorwärts gehen. Hihi. So, da haben wir jetzt noch was. Und hier. Einen langsamen Trab. So. Arbeitswerkzeug. Anforderungen erfüllt. Oh, sag mir bitte, das war ein Hufschmied, ne? Ähm. Ja, der hat mich einfach weggeschmissen jetzt. Also, weggeschmissen. Der hat mich jetzt einfach hier woanders auskommen lassen. Das ist ja doof. Aber vielleicht komme ich jetzt oben die Strecke entlang. Das weiß ich nicht. Aber ich wollte jetzt mal kurz gucken, was das hier hinten ist. Ich denke mal, da muss man wohl später irgendetwas machen können oder so. Irgendjemandem helfen vielleicht. Aber, ich muss zugeben, so für ein Foto. Ich weiß, ich nerve euch damit. Ist das hier gar nicht so schlecht. Wenn denn mal Pferd und Reiter in meine Richtung gucken würden. Ah, das ist so cool. Das ist so cool. Ich liebe diesen Blick, wenn dieses Pferd so nach oben guckt. Seht ihr das? So, oh, was will die Olle denn jetzt schon wieder von mir? Ich liebe es wirklich. So, dann machen wir hier noch von der Seite kurz ein Foto. Damit wir auch mal einen anderen Hintergrund haben. So. Und dann lasse ich euch direkt schon damit in Frieden. Weil wir nämlich wieder rausreiten werden. Also es ist schon, ja, ein bisschen nervig irgendwo, dass man hier an jeder Seite, an jeder Ecke angeschrieben wird. Ich bin es eigentlich gewohnt von MMOs immer alleine rumzulaufen, wenn ich ehrlich bin. Oder halt natürlich in der Gilde oder so, klar. Moment, hier haben wir noch ein Ausrufezeichen. Mit der müssen wir doch eigentlich sprechen können. Ich möchte es nochmal versuchen. Genau. Weil dadurch kann ich mein Pferd nämlich leveln. Lauf! Lauf! Ja, aber schneller werde ich dadurch wahrscheinlich eh nicht. Es sei denn, mein Pferd ist jetzt schneller geworden. Aber da gehe ich mal nicht von aus. Geh mir aus dem Weg! Los, weg da! Oh, ich glaube, letztes Mal habe ich die Kurve nicht ganz so groß genommen. Jetzt kommen die mir ja alle entgegen. Irgendwo hier war doch das Ende. Ach nee, da hinten. Oh, ich habe eine neue Höchstleistung geschafft. Ernsthaft? Ähm, um eine halbe Sekunde oder so, glaube ich. Ja, supi! Das ist doch toll! Das ist klasse! Wollen wir mal hier gucken. Was ist das denn? Starte ein Highschool-Rennen. Ja, das ist ja jetzt das, was wir jetzt gerade schon gemacht haben. So, hier vorne sehe ich jetzt aber gerade. Na! Gehst du da mal langsam hin, bitte? Entschuldige, dass ich jetzt durch dich durchreite. Aber ich muss mal eben hier vorne dran. Oh, ich habe nichts im Postfach. Ach, warum nicht? Oh. Aber da kann man etwas senden. Ach so, das leuchtet auch, wenn man nichts im Postfach hat, aber etwas senden möchte. Ah, ich verstehe. Okay. So, Moment. Dann hat mir meine Tochter erzählt. Mit M kann ich die Karte öffnen. Kann man die nicht größer machen? Ich glaube, sie hat die doch viel größer, oder nicht? Ähm, wir sind jetzt... Kann man das irgendwie vergrößern? Nein. Auch nicht. Hilfe, ich will hier reinzoomen. Ich bin das so gewohnt von den anderen Spielen. Also, wir sind jetzt hier auf jeden Fall. Links von mir ist theoretisch noch eine Quest. Und so schräg geradeaus links ist aber auch noch so ein gelbes Ausrufezeichen. Ach so, da muss ich zu dem Typen nochmal zurückgehen. Ich sehe gerade. Ich kann mit ihm nochmal sprechen, glaube ich. Vielleicht muss ich ja noch etwas machen. Super, gut gemacht. Das wird alles ein wenig hinauszögern. Jetzt habe ich wenigstens etwas Zeit, meine Argumente gegen Herrn Kempel, den Stadtrat vorzubereiten. So, jetzt habe ich auch die erforderlichen, ja, viel mehr habe ich natürlich nicht bekommen, aber die Sternchen und so weiter bekommen. Oh, ich glaube, wir können noch was für ihn tun. Was soll ich nur tun, Susanne? Herr Kempel setzt sich mit all diesen juristischen Unterlagen wirklich unter Druck. Ich könnte ihn bestimmt aufhalten, wenn ich nur etwas mehr Zeit hätte. Hm, wenn er eine Schlacht will, werde ich ihm zeigen, dass zwei diese Spiel spielen können. Mal sehen, reite vorbei am Schmied und hoch in die Hügel. Ach, das ist diese eine Strecke, wo ich vorher nicht vorbeikam, ne? An der Straße befindet sich eine Stromversorgungsanlage, direkt da, wo die Straße in Richtung Baustelle führt. Es müsste möglich sein, dieses schreckliche Schild auszuschalten. Hier, ich zeichne es auf deiner Karte ein. Das dürfte uns etwas Zeit verschaffen. Ja, super, dann würde ich noch ein bisschen XP bekommen und auch noch 5 Schilling, was natürlich quasi nichts ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir reiten jetzt trotzdem erstmal hin. So, Leute, tut mir leid. Ich weiß, ich bin in keinem Club. Ich bin schon so kurz davor, einen eigenen Club aufzumachen. Ach, ne, ich will ja dahin. Ne, ich kann da immer noch nicht hin. Moment. Er hat doch gesagt, dass er mir das auf der Karte verzeichnet. Was sollte ich die andere Strecke hochreiten? Kann das sein? Ja, dann machen wir das doch mal. Oder ist das jetzt da... Ach, ich glaube, das ist da drin gewesen, wo ich... Ja, das sieht fast so aus, wo ich eben war. Ne, Moment, er hat gesagt, am Schmied vorbei. Ne, das ist noch weiter hinten. So, mal schauen. Am Schmied vorbei. Da soll ich hoch. Ja, stimmt. Die haben alle so superschöne Pferde. Ich stehe so total auf schwarze Pferde. Aber da oben geht es nicht weiter. Ah, Moment. Nein. Halt, stopp, 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 stopp. Bleibst du stehen? So, Zeit, das Schild auszuschalten. Anforderungen erfüllt. Das heißt, dass ich jetzt quasi wieder zurück muss. Aber hier oben ist jetzt noch so ein gelbes Ausrufezeichen. Mal schauen, was sich hier noch befindet. Aber ich denke mal, da wird man wohl nicht durchkommen. Hier ist ein Stern. Ein Stern. Warum kann ich den Stern nicht nehmen? Steig mal ab hier. Steig mal ab. Ich will den Stern haben. Los, los. Kann ich da durch? Ah, ich kann da durch. Ah, sehr schön. Sehr schön. Nein, nein, nein. Ah. Sunny Princess. So, jetzt kann ich wieder aufsteigen. Ich habe dich gekuschelt für heute. Was ist das? Da scheint irgendwas... Ach. Da scheint was markiert zu sein. Ja, auch irgendwas steht da auch auf der Karte drauf. Aber das ist da hinten mitten in dem Stall drin. Okay. Ich möchte mal gerne... Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Doch. Ach, das finde ich klasse. Das ist jetzt ein doofer Hintergrund. Aber... Das ist schon cool. Dass man sowas machen kann. Also mitten im... Ach, ich will immer auf die Beschleunigungstaste... Oh, Moment. Was ist das? Stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. Also echte Pferde sind irgendwie einfacher zu handeln als die Pferde hier drin. Noch ein Stückchen. So, dann gucken wir mal eben. Was hat denn der Kerl hier? Ach, der hat USA-T-Shirt. Was soll mir das denn bitte bringen? Befehl, Befehl, Reiten. Das sind meine Sachen aber viel besser. Und da will der dann auch Geld für haben. Ich glaube es auch. Ne, ne, ne. Nicht mit uns, mein Freund. So nicht. Schon gar nicht für so einen Plunder. Adieu. So, da oben komme ich jetzt noch nicht rum. Hui. Autschi. Dann gucken wir mal, dass wir wieder zu dem Kerl zurückreiten. Können aber auch gern das Inventar schließen. Hier kam ich, glaube ich, rum, ne? Halt, stopp, 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 stopp. Moment. Wieso hat der jetzt wieder was Grünes drauf? Können wir mit ihm auch nochmal reden? Hallo. Ha, du bist ein Engel, Susanne. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin froh, dass du alle meine Werkzeuge gefunden hast. Ach ja, die haben wir ihm ja noch gar nicht zurückgegeben. Tag, da unten. Nein. Tag, da unten. Tag, da genau wohnt. Vielen Dank.